Ahoi da, was geht ab Leute, der Hong hier? Es ist gerade etwas richtig komisches passiert und zwar hat einer Ente gerade Einladung verschickt Also ich mache es nicht zu spannend, ich habe eine bekommen endlich und richtig komisch damit hat echt keiner gerechnet die Arena, ich blende es hier ein, ist der im Ospark, wir haben den getriggert und theoretisch hätte da am Montag eine Einladung kommen sollen und alle waren schon verwundert wieso dieser Ospark nicht funktioniert hat, weil der hat bisher immer funktioniert und jetzt ist es auf einmal gekommen sehr spontan keiner hat damit gerechnet und der Rate ist auch schon für übermorgen, für Samstag also ich kenne viele, die haben jetzt dafür eine Einladung bekommen, für heute also für übermorgen von heute und auch jetzt paar, die die Einladung vom Montag hatten und jetzt dann heute auch noch eine bekommen haben und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kommen die häufiger und öfter, weil Nantik will, dass alle Leute jetzt endlich eine Einladung bekommen, aber es kann auch sein dass Nantik mal ein Video von gestern gesehen hat das letzte und das war einfach zu krass das hat Nantik so zerstört die haben sich gedacht wir müssen das System ändern, weil das so behindert ist auf jeden Fall ich bin zwar froh, dass ich eine habe dachte, wenn ich die bekommen werde ich glücklicher also ich bin glücklicher und ich freue mich und auf geht's Mewtwo fangen und so aber es ging mir eigentlich echt nie um Mewtwo an sich Mewtwo ist cool und so und ich will den 6 einpack es war einfach immer so ein Schlag ins Gesicht von Nantik so respektlos wie die High Level oder aktive Spieler behandeln ich kann es echt nicht verstehen ich kann es echt nicht verstehen wo hört man von einem Spiel, dass inaktive oder nicht so aktive Spieler mehr belohnt werden und darum geht es mir und dass das System einfach vollkommen unfair ist und im Gegensatz zu Reversal der danach seinen Mund gehalten hat und mit einer Einladung gesänftigt wurde bin ich noch nicht zufrieden das System ist immer noch behindert auch wenn ich jetzt eine bekommen habe ist das System immer noch kompletter Müll muss gesagt werden und solange nicht jeder eine bekommt der eine verdient hat bin ich nicht zufrieden aber das war es erstmal ich habe einen Pass bin immer noch nicht zufrieden mit dem System der Nantik kann mich nicht zufrieden stellen kann mich nicht beruhigen mal schauen wie die das jetzt mit den Einladungen machen werden ob die jetzt öfter kommen wie das mit dem System jetzt ist und was das halt für uns alle bedeutet mit dem Triggern ich bin gespannt wir werden es sehen auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare ob ihr heute auch eine Einladung bekommen habt und ansonsten war es das von mir ich will mal liken, subscribe und kommentieren check die anderen Videos ab folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter check die Shop ab vergesst nicht Pokémon is your business